Bei diesen Worten fixiert er mich, als würde er mir gerade eine Akupunkturnadel in den Atlaswirbel schieben. Die Kampagnenfarbe kann nicht einfach nur ein simples Schwarz sein. Der Farbton, den ich mir vorstelle, ist, er greift nach einem roten Marker und schreibt in Großbuchstaben ein einziges Wort auf das Flipchart. Black. Ich nicke und notiere. Aus Schwarz wird Black. Black. Im Augenwinkel sehe ich, wie Anne, Inka, Bertil und Fernanda sich auf ihren Stühlen winden. Es entsteht eine unangenehme Stille. In diesem Augenblick vibriert mein Handy. O.K. streckt entrüstet den Rücken durch. Ein kurzer Blick aufs Display. Es ist Mira. Ich schicke ihr ein. Ich kann gerade nicht sprechen. Mira, ist das egal. Es vibriert erneut. Ich entschuldige mich und gehe auf den Flur. Mira, mein Schatz, was ist denn so wichtig? Mama, wo hast du das Ladekabel? Hingetan! Reflexhaft beende ich den unvollständigen Satz meiner Teenager-Tochter und antworte Ich habe keine A. Es tutet. Mira hat aufgelegt. Das Display zeigt einen verpassten Anruf. Meine Mutter. Da rufe ich später zurück. Zuerst brauche ich ein O.K. von O.K. und, noch dringender, eine Abkühlung. Vielleicht finde ich noch ein paar Eiswürfel im Kühlschrank. Fehlanzeige. Aber wie gut es tut, in der Agenturküche für einen Moment die Augen zu schließen und beide Handgelenke unter fließend kaltes Wasser zu halten. Als ich danach ins Besprechungszimmer zurückkomme, hat sich die Stimmung wieder erwarten gedreht. O.K. lehnt entspannt am geöffneten Fenster und raucht. Der Schauer ist vorbei. Anne klappt lächelnd ihren Rechner zu und Bertil grinst beim Hinausgehen. In der Mitte des Tisches liegt ein Blatt Papier, auf dem nur ein einziges Wort steht. Royal Black. Auf dem Weg zur Bahn fällt mir das Brot ein. Mist, ich wollte ja noch Brot besorgen. Meine Freunde Bea und Olli haben uns dieses Wochenende auf ihre Berghütte eingeladen und ich habe vorgeschlagen, etwas von der Brotmanufaktur Brendel mitzubringen. Das Brot von Brendel ist sowas wie das neue Statussymbol in unserem Viertel. Hätte sich vor ein paar Jahren noch niemand vorstellen können, aber es ist nun einmal das beste Brot der Stadt. Zumindest behaupten sie das auf ihren Papiertüten. Darunter steht, gebacken mit frischem Felsquellwasser. Ich stöhne innerlich auf, als ich die Schlange vor der Bäckerei sehe. Jede vernünftige Person würde jetzt abdrehen. Aber Bea und ihr Mann haben ziemlich genaue Vorstellungen davon, was es für ein perfektes Wochenende auf ihrer Berghütte braucht. Sie planen gerne und wollen es allen so schön wie möglich machen. Also muss es ein Brot von Brendel sein. Am liebsten das mit fermentierten Birnen. In der Schlange vor dem Laden zähle ich 14 weiße Paar Turnschuhe. Genau die, die ich auch trage. Die Schuhe sind vegan, fair, nachhaltig, teuer und dafür schrecklich unbequem. Ob die anderen auch diese fiese, kleine, schmerzhaft aufgescheuerte Stelle oberhalb der linken Ferse haben? Meine Handtasche vibriert. Es ist schon wieder Mira. Ich lasse es klingeln, puste mir eine Strähne aus dem Gesicht. Schweiß klebt mir die Haare in den Nacken. Die Hitze drückt von oben, die Schuhe von unten. Und der kurze Sommerregen vorhin hat leider nur wenig Abkühlung gebracht.